Seit Anfang des Jahres startet das Innovationsteam der Salzburg AG neu durch. Es entstehen neue Strukturen und das Team wird sich bis Jahresende deutlich vergrößern. Hallo, mein Name ist Gerhard Baumgartner. Ich leite die digitalen Innovationen in unserem neuen Business Unit Digital Solutions bei der Salzburg AG. Unsere Hauptaufgaben sind, die agile Arbeitsweise in die Salzburg AG hineinzubekommen, uns mit neuen Trends und Technologien auseinanderzusetzen und Produktteams zum Ergebnis zu bringen. Mit unserem Innovationsteam haben wir schon in den letzten Jahren starke Akzente in der Salzburg AG gesetzt. Wir haben mit unserer Innovation Challenge ein Format geschaffen, wo wir Startups mit unseren Experten der Salzburg AG zusammengebracht haben, um neue Produkte zu entwickeln, neue Prozesse zu optimieren, das Ganze natürlich auch stärker zu digitalisieren. Wir haben Räumlichkeiten geschaffen, wie zum Beispiel hier die Innovationszone, um neuen Ideen, neuen Raum zu geben. Eva-Maria Kremser darf seit Beginn des Jahres das Team Digital Innovation als Innovationsmanagerin unterstützen. Vor fünf Jahren habe ich mein BWL-Studium an der Fachhochschule Salzburg begonnen, bin jetzt auch dabei gerade den Master fertig zu machen und habe eigentlich immer, wenn es die vorlesungsfreie Zeit gerade zulassen hat, verschiedene Praktika gemacht, wodurch ich eigentlich im Ausschlussverfahren dazu gekommen bin, was ich machen möchte und zwar in Form von Projekten arbeiten. Und mein Design Thinking Training ist mir da eigentlich gerade recht gekommen, wodurch ich im Endeffekt dann bei der Salzburg AG in Digital Innovations gelandet bin und jetzt als Innovationsmanagerin eben durchstarte. Meine Aufgaben in Digital Innovations sind im Grunde sehr vielfältig. Es ist sehr spannend, weil eigentlich damit jeder Tag anders ist. Ich unterstütze Teams in der Durchführung von agile Projekte und dabei gilt es eigentlich für mich sehr viel Unsicherheit abzufangen und eigentlich die Straße zu bauen, die wir dann gemeinsam gehen. Man hat die ganze Zeit mit anderen Menschen zu tun. Das ist das Wichtigste, würde ich mal sagen. Nicht nur mit Leuten der Salzburger AG, mit Fachexperten, sondern auch mit Kunden, Kundinnen, aber auch mit Startups. Man ist also an der Zwischenwelt zwischen dem Unternehmen der Salzburger AG und auch den neuen agilen Arbeitsmethoden und Technologien mit Startups. Die Hauptaufgabe in Digital Innovation besteht darin, Produktteams mit dem nötigen Handwerkszeug auszustatten für agiles Projektmanagement. Agiles Projektmanagement bedeutet, dass man zu Beginn nicht weiß konkret, was ist tatsächlich das Ziel. Die Produktteams durchlaufen da wirklich strukturierte Phasen. Wir machen da die Workshops, wir haben entsprechende Tools und Methoden zur Verfügung und da geht es viel um Post-its kleben und noch einmal in die Idee reingehen, noch einmal die Idee überprüfen, Kunden befragen und anhand vom Feedback der Kunden dann noch einmal das einzuarbeiten, ersten Prototypen zu machen und so iterativ Stück für Stück weiterzuarbeiten. Im Moment arbeitet Eva mit ihren Kollegen am Projekt Stromsmarte Zeiten. Im Grunde genommen geht es darum, dass man den Stromverbrauch dann einfach in günstigere Zeiten verschiebt und dadurch nicht nur Geld spart, sondern auch auf dem Weg zur Energiewende hin seinen Beitrag leistet. Wir sind ein sehr junges Team, ein wachsendes Team und das was uns auszeichnet ist, dass wir sehr hohe Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Dadurch, dass wir erst im Entstehen sind, kann man hier sicher auch sein Arbeitsumfeld relativ gut mitgestalten und prägen. Herausfordernd in meinem Job ist eigentlich, dass es kein Patentrezept gibt für Innovationsmanagement. Es braucht jedes Projekt eine andere Begleitung, es braucht immer andere Lösungen und Ansätze, was aber gleichzeitig auch mega spannend eigentlich ist am Job, weil man dann immer wieder sich entfalten kann, Möglichkeiten entdecken kann und jeden Tag neu durchstarten kann. Kommunikationsstärke, Gespür für Menschen und die Lust auf immer wieder Neues sind sicher so die wichtigsten Eigenschaften, die man als Innovationsmanager mitbringen muss, damit man sich in diesem auch komplexen Umfeld auch wirklich wohl fühlt. Wenn Sie Interesse an einem Job als Innovationsmanager haben, dann bewerben Sie sich unter www.salzburg-ag.at-karriere